Hallo, Deutsch Mittelstufe 4, Lektion 77, Preteritum der Modalverben. Heute machen wir noch eine kleine Übung aus dem Schubert Verlag. Karl erzählt über seine Kindheit. Ergänzen Sie das richtige Modalverben, also hier, die Modalverben können mehrmals, also und so verwendet werden. Also, 1번, 2번, 3번, 같은 Modalverben, also hier, also hier. Nummer 1, als Kind, ich nicht so viel fansehen, also 항상 어려웠을 때, 대신에, 아가, 로서, 이 입장표현도 가능하지만, 일단 림이는 어려웠을 때. Als Kind, aha, ich nicht so viel fansehen, 당연히 해도 된다, 하면 안 됐어요. Also, 구리, 많이, TV, 보면 안 됐어요. Als Kind, durfte ich nicht so viel fansehen. Nummer 2, ich eine Katze haben, aber meine Eltern, das nicht, also 난 고양이 갖고 싶었어요. Ich möchte haben, 하지만, 과거형은, ich wollte haben. 모chten nun 좋아하다. Aber meine Eltern, wollten das nicht, 이런 거는 원 안 했어요, 부모님이. 여기는 살짝, 모chten das nicht, 또 나쁘지 않아요. 나는 고양이 갖고 싶었어요. 근데, 내 부모님이 이런 이야기, das, also 갖고 싶은 이 이야기를, 좋아하지 않았어요. 이렇게 해석하면, 모chten, ok. Aber, 쉽게 생각하면, 원하지 않았어, wollten das nicht. Und, we, 에, 엔, 서야 돼? homunim, démone. Eltern, 복수, pyörchon, démone. Nummer 3, 다시, als Kind, aha, ich sehr gut Schwedisch, denn wir haben damals in Schweden gewohnt. Also, jena, 난, sweden, mal, tal, heto. Ich konnte sehr gut Schweden, wenn, jamion, denn wir haben, kutte, jena, re, sweden, so, salgo, iso, so. 4, am Wochenende, 주묵, re, ich abends bis 10 Uhr aufbleiben. Aufbleiben bedeutet, aufbleiben bedeutet, nicht schlafen. 자진은 안타, 밤 10시까지, 나는 안타도 됐어요. durfte 호락이 하겠죠? Meine Eltern haben es mir erlaubt, erlauben 호락하다. 해도 돼? 삼격. Nummer 5, als Kind, aha, ich Astronaut, also jemand, der in den Weltraum fliegt. Also, Utsu, 약이도 조금 배워보자. Utsu, nun, der, Welt, 세계가 있는, 방, Raum. 이렇게 생각해도 되고, 아니면, 중성명사, das, All, das, All. 모든 거 있는, das, All. Und, Yogi Ganunseram, das ist der Astronaut und Privatdetektiv, ist wie Sherlock Holmes. Und, Tangyoni, duego, Shippocho. Als Kind wollte ich Astronaut oder Privatdetektiv werden. Nummer 6, manchmal, aha, ich meinem kleinen Bruder bei den Hausaufgaben helfen. Also, 도와주기, 이 문형, 항상 check. Ich helfe, 상대방, 삼격, dir, no. Ich helfe dir, bei 어떤 행동, 어떤 일. Ich helfe dir, Yogi Charom, 삼격, bei, bei den Hausaufgaben. Ich helfe dir, beim Deutsch lernen, also 동사, myongsa, ha, ge, 형, kun양, en, dem unter. Ich helfe dir, beim Lernen, ich helfe dir, beim Sprechen, ich helfe dir, beim Autofarn. Da, 쉽게 쓸 수 있죠. Und, Tangyoni, 자기 동생, 숙제, 도와준다, 이 이야기는, 하고 싶어서, 하지는 않지, 그죠. 그래서, 해야 했어요, 아니면, ich sollte, 여기는, 다시, 문맥이 여러가지, 가능하죠. Ich sollte meinen Bruder helfen, nun, 엄마가 시켰으니까, 알아서 한다. Ich musste, nun, 그냥, 해야 했어요. 둘 다, 가능하겠죠. Nummer 7, er, 아마, 여기 동생, 야기, der Bruder. Aha, Mathematik nicht, Mathe, 도 괜찮죠. 수학, 길게 말하면, die Mathematik. Nicht 때문에, 아마, 좋아하지 않았어요, 싫어했다. 좋아하다, mögen, 과거형, mochte. Er mochte Mathematik nicht, aber ich mochte, dieses Fach sehr. Also, Fach ist, 구함옥. 물론, 좋아하다, 대신에, aber ich, 문맥상, 콘테도, 가능하겠죠. 동생은 수학, 싫어했다, 하지만, 나는, 잘할 수 있었어. Oder, kun양, ich mochte, dieses Fach sehr. 아주, 좋아해서. Das war's schon wieder für heute. Die Übung war zum Glück auch nicht so schwer, aber trotzdem müssen wir immer alles fleißig wiederholen. 어렵지 않아도, 항상, 항상, 모든 야기 열심히 복습하고, 다시 한번 확인해야, 야기도 잘 알 수 있겠죠. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.